hallo leute ich bin's Mario und zwar zeige ich euch mal wie die batterie geladen wird beim A4 Avant B8 8K 2009 TFSI und zwar seht ihr hier vorne im Motorraum da ist eine Klappe darunter ist der Pluspol von der Batterie und der Minuspol dazu ist dieser das heißt den Plus hier ran die Minus daran immer mit Vorsicht weil Funkenbildung ist ja immer so ein bisschen so nimmt einfach das Kabel und legt das hier so lang Ladegerät einstecken und schon fängt an zu laden gut Kabel noch ein bisschen verlegen hier rüber und dann könnt ihr auch die Motorhaube schließen müssen natürlich aufpassen dass hier der Deckel ein bisschen runter ist damit die Motorhaube nicht rauf schlägt den anderen Deckel habe ich hier beiseite gelegt ja gut dann mache ich mal die Klappe zu dann ist es schon fertig und die Batterie kann laden vielen dank fürs reinschauen und dann eventuell bis zum nächsten mal